Ist Candy Cornelius? Am Anfang von dem Kanal von Candy gab es viele verschiedene Personen in den Videos von Candy. Ganz am Anfang war ja noch Laura da, bis Cornelius übernommen hat und danach Candy gekommen ist. Aber vielleicht sind diese Personen alle von der gleichen Person gespielt worden. Vielleicht war das schon immer Candy und er hat nur seine Stimme verstellt. Deshalb habe ich mal geschaut, ob Candy ähnlich klingt wie der alte Mann Cornelius in GTA, der früher Videos auf dem Candy-Kanal hochgeladen hat. Und hört euch mal diese beiden Clips an und vergleicht die Stimme. Was ist der Leutscher? Wir müssen mal in die Nachrichten reinschauen. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was das für ein Monster sein soll. Hört ihr, was ich höre? Ich glaube, das kann wirklich sein, dass Candy einfach richtig gut seine Stimme verstellen kann und einfach wirklich auch Cornelius war. Denkt ihr, Candy war auch Laura und hatte dann nur einen Stimmverzerrer? Abonniert und jetzt tschüss.